Hallo, ich bin Mimi Siewalski vom Avocado Store. In einer Gesellschaft, die an morgen denkt, wünsche ich mir für das Klima, dass wir wieder mehr Wertschätzung haben für die Produkte, die wir kaufen und die wir auch brauchen. Wertschätzung im wirklichen Sinne des Wortes. Wertschätzung heißt für mich, dass vielleicht sogar an den Produkten stehen könnte. Warum macht dieses Produkt was besser? Wie viel CO2 spart dieses Produkt ein? Das könnte aber auch heißen, dass grüne Startups, Social Startups auch wirtschaftlich gefördert werden. Das heißt Subventionen bekommen, vielleicht Steuererlasse. Da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Denn ich finde, die Unternehmen, die jetzt was machen, die sollten belohnt werden. Und ich finde auch, wir VerbraucherInnen, wir sollten besser erkennen, welche Produkte gut sind fürs Klima und welche nicht.